Ich nehme dich wirklich. Da war unten ist ein Leckernetzteil drin gewesen. Weil da eine Nähe sind. Da sind wir zwei Minuten gehalten. Soll ich dich wahrscheinlich da drüben? Ja, eigentlich. Oh, ich bin noch kalt. Einfach noch drüben. Hast du gut gemacht? Das waren die Weitere. Du hast dich kontrolliert. Nein, wir haben wahrscheinlich mehr auf. Doch. Damit nicht schlafen. Ich mache den weg. Aber wir haben drei Augen in die Garten. Hier riffst man genau. Das ist ein Eingang, oder? Ja, das ist ein Eingang.